Wenn eine Generation jemals die Chance gehabt hat, diese Welt zu verändern, dann sind das wir! Ja, klar doch. Was soll das heißen, die mit Apfel und Speck sind aus, kleines Miststück? Kein Hundefutter ist so gesund. Nimm doch einen Happen. Ja, probier das Futter. Wenn es ums Geldverdienen geht, sind wir alle komplett aufgeschmissen. Aber was das Leben an sich angeht, ist keiner von meinen Freunden unterbeschäftigt. Underemployed. Die neue Serie. Jeden Samstag, 18.45 Uhr bei Viva. Underemployed.